Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Pottor. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier Spargen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach, Gettel? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus, nie das verrestige Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge, Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Klammeln hält! Jahre lang hat das Militärme der Aktionen nur behigert! Es hat mich jeden Tag nur... Widerstatt! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Dann sind wir sie wohl! Dann sind wir sie wohl! Dann sind wir sie wohl! because they're die Kugeln! finde ich sie wohl! Dann können Sie weg! in der Kugeln! Es ist so wichtig! Vielen Dank.